Hallo Leute, heute gibt es für euch im Test die Veko Skyshots gekauft aus dem Nidl. Quasi billig Bombenohre, die aber doch für ihren Preis echt in Ordnung gehen. Leider ist mir aufgefallen, dass ich nur den pinken gefilmt habe letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr generell ein bisschen weniger gefilmt, weil wir ein bisschen den Moment genossen haben. Also im Jahr 2019 zu 2020. Und ja, deswegen gibt es leider für euch erstmal nur den pinken. Aber vielleicht holen wir das irgendwann mal später nach mit allen vier in einem Testvideo. Aber bis dahin erstmal viel Spaß mit diesem Video heute. Pinke Skyshots. Angst. Absolut laut.